Hallo Freunde, hier ist Motorcleantech. Wir sind jetzt im verrichteten Hamburg, hinter mir die wunderschöne Elphi. Und wir machen hier im Hafen eine Motorreinigung an einem Golf 3. Und die Fahrzeuge im Hafen laufen ja nur nicht so viel Kilometer, eigentlich eher weniger. Und dadurch verunreinigen die Motoren natürlich sehr stark. Da sind wir jetzt gerufen worden, wir sollen die Motoren reinigen mit der Wasserstofftechnik. Wir sind jetzt heute über eine Stunde dabei und es funktioniert hervorragend. Der Motor läuft dann viel, viel besser und das könnt ihr euch dann gleich mal angucken. Wir gehen da mal eben kurz hin. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020